Ein Doppelmord hat im Dezember vergangenen Jahres in Albstadt überregional für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Hechingen Anklage erhoben. Ein 52-jähriger Mann aus Albstadt soll zuerst seine Nichte und danach einen Freund der Toten ermordet haben. Das Motiv? Rache. Der Ziegelplatz in Albstadt-Ebingen am 22. Dezember. Blumen und Kerzen wurden am Tatort abgelegt. Sie erinnerten an einen jungen Mann, der am Tag zuvor auf offener Straße erschossen wurde. Bei den Ermittlungen kam schnell heraus, dass eine 20-jährige Frau, die seit wenigen Tagen vermisst war, getötet wurde. Tatverdächtig in beiden Fällen ihr Onkel, ein 52-jähriger Albstädter. Er soll seine Nichte erdrosselt und später einen Freund erschossen haben. Das Motiv in beiden Fällen? Rache. Der Angeschuldigte sei der festen Überzeugung gewesen, dass die beiden ihn in den Wochen vor der Tat bestohlen hätten. Die Staatsanwaltschaft geht in beiden Fällen von Mord aus, da die Mordmerkmale der Heimtücke und der niedrigen Beweggründe erfüllt seien. Der Angeschuldigte hat die beiden Taten eingeräumt. Der Angeschuldigte hat die beiden Fällen von Mord-Mord-Mord-Mord-Mord-Mord-Mord-Mord-Mord-Mord.